So ein kleines Video von der Alster hier. Schön hier. Ich wünsche euch alle einen schönen Wochenanfang. Ich haut rein ins Tango. Wunderbar. Hier an der Alster ist das sehr schön. Ich schwenke mich immer ein bisschen rum. Peter fühlt sich hier sehr wohl. Und zum Spazierengehen. Und sonstige Geschichten ist hier wunderbar. Zum Sommer auch. Nächster Worte bringe ich meine Liege mit. So gut, alles Gute für euch. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Arbeitet nicht so viel. Das soll ja warm werden. Macht euch das gemütlich. Denkt an euch. Und denkt nicht an den Unternehmer oder wo ihr gerade beschäftigt seid. Denkt an euch. Ihr habt nur ein Leben. So sehe ich das. Alles klar. Und dann denkt an den HSV. Nur der HSV. Tschüssi. Tschüss. Alles Gute für euch.